Dieser gebrauchte Opel Corsa ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem grauen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 27.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, Alufelgen, Klimaanlage, ESP, Schiebedach, und noch vieles mehr. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 87 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,7 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt. Das 5-Gang-Schaltgetriebe überträgt.